Ist mein Mikrofon überhaupt an? Eigentlich sollte es das sein. Ja, nee, ist es. Das kriege ich schon richtig schlecht an. Von den vielen Schallen, die hier stehen, fließt nur noch einem, dass er auch früher die anderen Scheine auch mit Wasser gezeigt hat. Die Luft ist geschwängert von einem wohligen Luftfluchten. Es scheint nichts weiter zu passieren. Was? Kannst du mir verkaufen? Was soll Schwerd? Kiku Ichimonji? Habe ich es sogar. Wo habe ich denn das denn jetzt schon wieder abgeklaut? Locus starb. Von dem Affen. Steinbogen, Schlechtfächer. Irrekolben ist total irre, das Ding. Sollte ich jemanden auf die Idee kommen, mich bei dem Typen auszurüsten zu wollen? M&M. Poshobindi, ich wurde als Sachverständiger aus der Schadensintern ein Schreie zu untersuchen. Offenbar handelt es sich um künstliche, scharfe Anlagen zu Beginnung von Kunden, was allerdings scheinbar schon vor Braumerkeit passiert. Oder jemand hat vielleicht eine Ferienbeziehung bekommen. Wie sonst auch... Äh, ja. Ich hoffe ich dann jetzt mal ein sinnfreies Moment. Okay. Wir gehen am besten erstmal Das ist der einzige Weg der irgendwie weiterführt Das war ein Woodshot für dich Kann ich zumindest Was sollten wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung ansehen Ja wie schön Überaus schön Oh 77 Girls ist immer wieder herrlich hier Wird das Mit der Räume einfach mal so von dem Vogel bekämpft Das ist doch nett dass ich eigentlich Was Der Särker mit draufkriege Ach leckt mich Magillestiefel Phoenixfeder Phoenixfeder Jetzt aber mal blöd gefragt Negiert Öl Nicht etwas was ich jetzt nun wirklich brauche Wie sieht es mit 50 dann aus 68 Na ja könnte mal hilfreich sein Und jetzt Ich würde einfach nur mal jetzt mal etwas schauen Warum Das ist meine Kirche Der hat so gut wie keine LHP Der hat so gut wie keine LHP Der hat so Ich erinnere mich Von Jesus Und jetzt Ich würde einfach mal So, was mache ich denn jetzt mal so am dümmsten? Das war sowieso eigentlich ziemlich alles. Kannst du denn schon folgendes Chaos? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Sorry, dass ich das jetzt hier gerade on-scan mache, aber ansonsten wird er sein, wir werden sterben. Die Sachen braucht er jetzt nicht so wirklich. Die physische Angriffskraft ist eigentlich nicht so gut. Jetzt auch mal so ein paar Lizenzen. Die Sache ist nämlich... Die... Die Sachen vom Waren sind nämlich schon recht voll. Ich geh jetzt erstmal nicht auf die Gambits an, weil die Gambits sind sowieso uninteressant. Äh, hab ich noch irgendwo ein paar... Äh, hier rumflattern? Nö. Guck mal, den ganzen Mal hab ich jetzt aber auch zu kriegen. So... Warte, ich bin jetzt ein Minutes. Ich geh mit von Penelo einsteigen. Zersetzt... Quotas... Dann... Wieder gesetzt... Sich selbst angreifen. Warum das hier Wallum heißt? Ich weiß es nicht. Nur so langsam, aus der Chip braucht sie mal so ein bisschen mehr Verteilung. Ansonsten ist die Runshots, das ist ja nicht mehr lustig. Übrigens gerade so diese... Diese vorletzten, äh, dieses sonderes Spoilergebiet, also... Das sind so ziemlich die, wo man auch die älterischen Männern noch so ein bisschen haben will. Wie zum Beispiel dieses Krohle. Und es läuft komplett krass! Und diese nicht existenten Kisten? Ne, anscheinend nicht da sind. Die Volkarten gibt es nicht so richtig. Hier gibt es noch mehr. Und noch mehr Kohle! Guck mal. Potion... Lass mich raten, das ist jetzt die einzige... Kiste... Natürlich, das ist eine Kiste, wo der seltene Lootkrieg blöde Potion ist. Ich weiß nicht, wo ich es gerade benutzen... Ich weiß nicht, wo ich es gerade benutzen... Naja... Alter... Alex... Wenn wir nicht, die... Zuschauer wird auch nicht den Gang hören... Was ist das? Wirklich? Kann sich auch nicht...